Das, was Synecon auszeichnet, sind Innovationen zum Thema Beschichtung. Wie wichtig ist es für Sie, auch dort junge Talente zu akquirieren? Vielleicht sogar im Rahmen einer solchen Challenge oder auf so einer Messe? Ja, das Allerwichtigste bei Beschichtung sind die Menschen, die es machen. Entweder die, die sich etwas Neues ausdenken oder die im täglichen Leben das machen. Beschichtung ist ein Workflow. Da ist ganz viel Handhabung, ganz viel Wissen, ganz viel Expertenwissen dabei. Und insofern ist jede Person, die sich für Technik interessiert, absolut willkommen. Wir wollen Innovation und Innovation heiß geköpft.